Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Leechdale 2 im 4 gegen 4 GigaMirks. Ich gehe als Burg rein. Schauen wir mal. Was könnte man machen? Wir könnten einfach den austauschen und dann sind wir ja ganz gut bedient. Können auch die Goldwerfer nehmen. Rein theoretisch. Goldwerfer für mehr Piepen sind auch nicht schlecht. Für nehme ich den raus, dann nehme ich die Goldwerfer mit. Können die natürlich stehren wir hier an den Rand. Zack und da können wir ein bisschen mit Gold skalieren, auch nicht schlecht. Ist auch immer eine Option. Statt der Sakura Blume oder den Anglern beispielsweise macht man Goldwerfer. Drüben direkt ein Angler aufgewertet. Mit Mana Ross. Da Kasket. Auch zwei Goldwerfer. Ganz entspannt. Großartig viel wird jetzt erstmal nicht passieren. Können uns in den Crab Warlock leisten. Nächste Runde. Deswegen gebe ich erstmal nichts aus, um den zu beschwören. Können wir schön Gold sammeln können. Dann würden wir schön Gold sammeln können. Nummer eins steht. Mit dem Grower können wir dann noch ein bisschen Verteidigung aufbauen, indem wir dann zum Wächter der Meere machen, beziehungsweise der Königskralle. Sehr interessant. Das wollte ich unbedingt wissen. Hat es nicht geschafft. Hat aber auch einfach nur noch einen dritten Goldwerferplatz. Gucken wir mal hier, das nächste Runde ganz gut. Gehen wir mit Schnecken. Kleine Biene und eine Katze. Reicht vollkommen aus. Er hat schon ordentlich meine Roste platziert. Ja. Er hat schon ordentlich meine Roste platziert. den werben wir einfach mal auf. Den werben wir einfach mal auf. So. Ach. Pollen. Ja gerade bei der Hitze da explodieren die mal wieder. Aber es wird dann wieder ein bisschen kühler hoffentlich. Nächste Woche. Beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, ist es wahrscheinlich schon kühler geworden. Regenerationsbaum. Das ist also der Plan. Dann muss ich gegenwirken. Nächster Wave ist ganz gut dafür. Kannst du die Crawl schon mal platzieren. Ganz gut für nächste Wave. Den sollte man dann auch bald aufwerten. Sobald es möglich ist. Er hat ihn schon aufgewertet. Für mehr Geld. Ich habe jetzt nicht so oft gespielt, Zwergenbanker. Deswegen weiß ich auch nicht, was der optimale Zeitpunkt ist da, um einen aufzuwerten. Aber der könnte abkacken. Ne, er schafft es noch. Sehr gut. Sehr gut. Warte, Fiesta. Möglicherweise. Ja man, natürlich halten wir jetzt den großen Kingpin schon hat. Jetzt können wir den hier aufwerten. Der ist dreimal so stark. Das ist schon krass. Das ist fünf Yoko. Ja, keine Verteidigung habe ich leider nicht so. Außer die Katze. Aber es geht schon klar. Sehr gut. Zehn Blocker schon mal am Start. Das ist gar nicht schlecht. Können wir den hier noch aufwerten. Und dann bin ich schon mal gut abgesichert. 200 Oberbild ist schon ein bisschen viel. Aber hier gibt es dann ordentlich Kneter. Pro Mana 3 Gold. Das heißt, 9 mal 3. Kriege ich ja schon mal nicht schlecht. 27 pro Runde. Und dann kommt der. Warte, wenn man den zweiten noch hat. Da sind ja schon pro Runde 50 Gold mehr drin. Also ein Worker. Ja, es sind 54. Aber. Sehr gut, er hat auch eine Krabbe beschwören können. Wer kämpft noch? Achso, wir müssen freiliegen. Okay. Ich werde hier einfach ein Stack reinpacken. Und mehr nicht. Muss jetzt auf Worker gehen. Er hat den Mana-Baum wieder verkauft. Wollte wahrscheinlich unbedingt den Kingpin haben. Ja. Schauen wir mal. Gerade die Throne ist natürlich nicht schlecht, wenn die abkackt, dass sie dann noch magischen Schaden verteilt. Oh, das wird eng. Sehr gut. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Er wird abkacken. Beide wahrscheinlich. Ja. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, ist hier schon mal eine Yosora. Alles gut. Dann werde ich hier noch einen zweiten platzieren. Gehe weiter mit Bienen arbeiten. Beziehungsweise könnte eigentlich hier noch ein Stack reinpacken. 3er Blut. Hier ist eine große Schnecke. Das ist aber nicht so schlimm. ich glaube die blut macht mehr schaden als der der großfahrt also ich will dich anwählen macht genauso viel schaden genauso viel schaden wie der großvater die drei abgut das werden wir auf jeden fall den aufwerten dann gehen wir auf investieren die noch steck reinmachen und schluss bericht 305 piepen nach der zwölften welle das schon nicht schlecht 180 sind sie schon so langsam ein bisschen von den aufbauen ich habe dass die krabbe so gut hält krabbe ist meine frontline ja mal gucken also ich habe nur so viel bringt ja komm alle sind locker nicht so gut da kommt die ticke knete schon zwei fette kingpins ja da habe ich nicht genug stichschaden ärgerlich alle verkackt ok da werden die sowieso abgekackt die goldwerfer machen voreis rein gucken was passiert upgrade und dann kann ich eigentlich noch so ein aufwerten dann bin ich gut dabei ich kriege ja trotzdem extra knete auch wenn die abgacken vielleicht noch mal gucken ob das was wird Okay, der Recht ist tot. Aber den Rest habe ich im Sack. Jawohl, da bin ich durchgekommen. Sehr schön. Vorher war es wichtig und richtig. Und die doppelte Brute. Gut. Den lade ich schon mal auf. Gucken wir hinten an die Königsklaue machen. Später jetzt noch nicht. So, das sollte reichen, um zu halten. Äh, riesengroße Unheult. Jawohl, gerade noch so eine Krabbe beschwommen. So, wir brauchen mehr magischen Schaden. Das heißt, noch mehr Krabben. Holy shit. 49. Nehmen wir die zwei Aufwertungen einfach noch mit. Wie sieht's hier drüben aus? Kingpin sind schon mal dauernd. Patrick Reibijam. So. Jetzt hat man hier noch zwei Platzchen von denen. So. So mach ich das. Mach ne Biene hin. Und ab geht die Party. Oh, die Shit. Der Schaden ist schon saftig. Jawohl, Schaden und Gold. Sieht gut aus. Hier muss ich ganz schön verteidigen. Gut, dass noch ein paar Krabben beschworen werden. Oh, der nächste. Übelst groß. Ja, dann krieg ich noch down. Das war aber nicht ohne. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte hier noch einen bauen. So. Einfach, dass ein bisschen mehr Verteidigung dasteht. Ja, da kommt der Mimic. Und der würde mir hier nichts bringen, wenn der Kingpin ist. Ich könnte es überholen. So für ein paar extra Piepen. Aber dafür habe ich die Goldwerfer. Oder ein Siebener. Riesengroße. Und da kann ich auch nichts machen. Gegen das Riesenvieh. Das ist einfach Oger, aber auch nicht verkehrt. Und den haue ich jetzt noch auf uns. Geht nicht schon nur Auto anhanden können. Egal. 80 Wirker am Start, 7200er Wert. Ja, ich bin ganz schön drüber. Aber ganz viele Krabben. Das ist nicht schlecht. 600 Angriff. Das reicht aber nicht. Ja, doch ganz schön Oberbild. So, 100 Euro gab ich am Start. Das heißt, ich kann jetzt hier voll auf Verteidigung gehen. So cool. Ich kann noch eine Drohne aufwerben. Zack. Und auf 20 wollen die ein Ding schicken. Wahrscheinlich dann dicke Schamanen. Ja, es werden dicke Schamanen sein. Vorher kam noch raus. Sehr gute Turtle. Jetzt können wir hier noch ein bisschen upgraden. Den noch rein. Und die Bienen aufwerten. Ich krieg noch einen zusammen. Ja, locker. 5er Schamane. Das ist eine 8er Hexe dabei. Ja, der hat geblockt. Das war wohl nichts. Aber beide sind nicht wirklich durchgekommen. Einfach noch ganz viele Krabben. Das ist schon was. Die Krabben machen schon viel aus, bei denen wir wieder beschworen werden. Und dann kriege ich noch extra Gold durch meine Goldwerfer. Ich habe mir was geschickt. Wir werden wahrscheinlich auch nicht die nächste, sondern auf die 23 gehen. Das macht halt mehr Sinn, weil jetzt sind alle ganz schön fett dabei noch. Warte, ein bisschen die Kingpins. Jetzt? Nee, nee, nee. Die haben... Jetzt? Die haben... Das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt schicken. Die haben den übelsten Robo behält. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Die haben die Ära nichtsschen. Was? Die sind die geschickt. Die sind die Chance. Die sind die Chance. Ich habe nicht mehr als die Schmache. Die sind hier einig. Das gibt eine Breitseite. Aber das können wir noch locker blocken. So, wenn ich die einen verkaufe, kann ich die anderen rausnehmen. Holy shit, holy shit, krisige Teile. Der hat fast 1000 Attack. Ich habe längst noch gehalten. Schade. Es ist aber auch unglaublich gut. Diese riesen Teile, ey. Krass. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut gerne ein Like und ein Abo da. Schaut noch bei anderen Videos vorbei. Bis dahin. Spannenden Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.